Willst du Fotos machen? Kannst du posten? Ich will noch ein Drink. Alter, guckt mal, guckt mal. Laura. Hallo. Was macht ihr gerade? Habt ihr eure Tickets vor zwei Wochen gekauft, wie ich es gesagt habe? Nein. Welche Plätze sind besser? Die im Rang oder im Parkett? Hey Mitch, wer ist denn dein Kumpel? Wer ist das? Ich hab versucht, ihn rauszuschmeißen. Können wir den irgendwie loswerden? Keine Ahnung. Weil die ganze Zeit... Ist bestimmt nur eine Störung. Die Störung hat gerade geschrieben. Wer macht das? Das ist Lauras Account. Wer heckt den Account von einer Toten? Vielleicht ist es ja Laura. Na gut, alle Hände nach oben. Wer macht das? Leute, jetzt mal echt. Wer hat das Video gepostet? Ich war's nicht. Aber einer von uns war's. Wer ist da? Schließt die Tür aus. Schließt eure Türen ab. Versteht dich. Warum zeigst du das? Ich wollte das nicht. Ich schwör's. Ach, du schwörst es? Mann, was ist da los? Was ist das? Ken, sprich mit uns. Ken? Nein, 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 nein. Er bringt dich auf. Ich hab' ne Knarre. Hör auf. Komm, fütt der Typ runter. Nein, nein, nein. Das wird richtig witzig.